Lass auf sie. Äh, wenn der Sack warte auf sie ist, sollte ich lieber... Ach, da! Hi! Der Karton wird mich schützen, keine Sorge. Autsch, autsch, sehr rot. Und rot auf ne rote Tür zu gucken ist nicht gerade... Au, 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 au! So. Das muss schmerzhaft sein. Am. Oh-oh. Oh mein Gott. Uuh! Was machst du hier? Raus aus meinem Revier! Zwei Schuss noch, und... Zwei Schuss noch, und... Okay. Gesichert. Gehen wir. Noch irgendwelche Fragen zu den Ausstellungsobjekten? Nein? Okay. So, gibt es hier noch irgendwas? Er gibt jetzt alles an Sinn. Cole will Al-Bashir persönlich ergreifen. Er ist schon seit Jahren Captain und will den Obermotzen zeigen, dass er es noch drauf hat. Er ist scharf auf ne Beförderung. Elender Arschkrieche. Blackburn, Capo, hier drüben. Ah, super. Kohle? Ja, Sir. Kohle ist ein toller Name. Na gut, Cole. Was soll's? Hm. Hm. Wisst ihr was? Schleicher jetzt hin oder her, aber das muss ich jetzt versuchen. Ah, ist so klar. Es war so klar. Wenn die Kacke am Dampfen ist, nutzen wir dieses Gebiet als Rückzugspunkt. Hui, ich bin's weiter. Was? Hast du da Joints auf deinem Helm kleben? Was ist das? Bleib mal kurz stehen. Was zum... Was ist das? Äh... Okay, Update. Blackburn, Capo, ihr überwacht den ganzen Ablauf von diesem Dach hier aus. Wir treffen uns danach am Kaufhaus-Eingang. Wir haben jetzt Al-Bashirs Standort bestätigt. Definitiv nicht. Wir brauchen Al-Bashir lebendig. Wegen seiner Infos über die Bomben aus der Bank. Ich will nicht, dass die Sache so endet wie bei Bin Laden. Verstanden? Alles klar. Packen wir's an. Bin Laden, heilige Scheiße. Die tun's aber wirklich ziemlich mit aktuellen Themenvergleich. Wer hält mich hier fest? Ah, loslassen. Haben die mich jetzt... Die haben mich rausgeschmissen. Achso, ich darf gar nicht mit. Das ist ne Erklärung. Das ist ne Erklärung. Äh, du stehst in der Luft. Ich weiß nicht. 4. 1-3 geht in Position. Verstanden. Gehen jetzt los. Geht Deckung berichtet. Aus. 1-3 in Position und bereit. Over. Oh. Doofes Licht. Wir stecken bei der Power fest. Wir stecken bei der Power fest. Einer angreifen. Schnell. Deine Wache arbeitet da an mit einem Generator oder so. Verstanden. Ab dem Sichtkontakt. Blackbell. Schieß, wenn du bereit bist. Okay. Und wo? Wo? Nach die... Ne, das ist eine von uns. Ach schon verdammt. Upsi. War das jetzt eine böse Wache? Ja, das war eine böse Wache. Und ich hab den Schuss auch noch versemmelt. Au. Also nochmal. Ui. So ist was da hinten. Und ui. Das wird gehen. 1-3 in Position und bereit. Over. Wir stecken bei der Mauer fest. Rechte Seite vom Hausenhof. Eine Wache arbeitet da an mit einem Generator oder so. Verstanden. Haben Sichtkontakt. Blackbell. Schieß, wenn du bereit bist. Okay. Guter Schuss. 1-4 auf der Straße. Rückt vor. Nehmt die Ecke links und bringt uns durch. Gebet ist sicher. Vergesst das. Scheinwerfer. Fahrzeug kommt auf euch zu. Alles okay. Rücken weiter vor. Hm. Sack. 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 Wir sehen hier unten rein. Gar nichts. Verstanden. Wir geben euch Neckau. Rechte Seite. Erdgeschoss. See. Äh. Ups. Es sagt doch was. Oh, komm. Sag mal. Erledigt. Äh. Ach so. Okay. Da wollte noch seinen Sprung zu Ende machen. Als letzten. Killen. Okay. Ich muss noch nicht meinen Kopf treffen, wie es aussieht. Auch gut. Ah. Ah. Kein weiße, schießt die schon in den Laufraum. Ich verfehle trotzdem ein wenig. Eifah. Wo kommt noch die rein? Ach so. Da. Nächstes Ziel. Jetzt sind wir ja auch bei dem Parkhaus, das ich am Anfang mal angesiedelt hatte. Bumm, bumm, bumm. Bumm, bumm, bumm. Oh, ich denke immer du bist ein Gegner. Schütze unten rechts. Giebeldach. Siehst du ihn? Ja. Autschi. Bitte nicht schießen vor Anmeldung. Oh, sag mal. Was tanzt? Der, der tanzt. Gibt's ja nicht. Weiter so. Volltreffer. Nein, wir müssen Konzentration gehen. Es geht jetzt ein bisschen weiter. Hier wird doch grad was schießen gesehen. Irgendwas Bumm Bumm gemacht. Ah, da ist noch einer. Lass der Rolld an. Linke Gebäudeseite. Schnall ihn ab. Fuck. Noch mehr Feinde. Scheiße. Sie kommen auf uns zu. Boah, man kann's auch nicht. Ach, verdammt. Man kann's wirklich ein wenig übertreiben, so. Was Aktivität angeht und so. Ja. Also langsam wird's ein wenig. Schießt du auch mal mit. Scheiße. Panzerfaust auf dem Dach. Schnüpp dir den Hurenturm. Den hast du aber gut beobachtet. Du bist da. Das ist aber eine ziemlich komische Panzerfaust, aber ich glaub, der hat den anderen gemeint. Sag mal. Ist ja nett. Was jetzt? Oh, mitten in die Arschpaket. Das muss böse sein. Das macht den Aufbrall auch nicht gerade schöner. So auf dem Boden. Granate. Autsch. Hätte auch stief gehen. Ja, Moment. Die drei noch. So. Der Rest müsste eigentlich gut von den Jungs erledigt werden. Nein. Nein. Muss ich jetzt das ganze Sniper nochmal machen? Ich hab ihn. Rechte Satz, Erdgeschoss. Ah, okay. Verdammt. Verdammt. Ich komme. Hö. Mal. Das was ist wie man kann. Mal. 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 Der ist ja total. Ich bin ja greatest. Einmal. Ich bin nicht. Aber kein Wahler. Das ist doch nicht Al-Baschir, oder? Ach, der lebt noch? Au. Au. Hm, es ist schwer, wenn ich jemanden schützen soll, noch selbst in Bewegung zu gehen. Ich guck mal, dass ich irgendwo was Ordentliches finde. Nochmal. Ich guck schon mal, dass ich mich ein bisschen... Das sieht mir ja unglaublich sicher aus. Alles klar. Watch it, watch it, watch it. Wir müssen ihn hier rausschaffen. Ein Freitag, ihr Spiele. Kämpft uns zurück mit zu Kavos. Das ist unser Spiel. Oh. Oh. Boah, schießen die. Übel. Okay. Schauen wir gleich nochmal. Hinter den Kartons. Okay, die ersten zwei schieße ich noch so ab, dann wechsle ich auf Gewehrruss des Sturmus. Obwohl, den einen habe ich noch. Und jetzt wechsle ich auf Gewehrruss des Sturmus. Na, bis jetzt ist es eine MP-Schei gedämpft. Auch Submaschinengang genannt. Ja, so geht es natürlich auch. Schön, dass man euch immer gleich in den Ämmchen zieht. Das finde ich schön. Hey, da kommt einer von rechts. Das finde ich aber nicht nett. Ja, dich meine ich. Ja, da brauchst du dich gar nicht so verstecken. Ich weiß, was du Böses getan hast. Schön. Gibt es das Fernsehen? Und Bier? Und... Satellitenübertragung? Gerre, ich will jetzt rein. La 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 la. Misfit 1-4, hier Razorback 2-2. Wir sind unterwegs zum Abholpunkt. Over. Verstanden, 2-2. Rücken unter Kontakt vor. Bereithalten für umkämpfte Abholung. Scheiße, wie schnell ist der denn, dass er so einen Vorsprung hat? Und dann, wenn ich das für das Knot Estoy habe. Ich brauche, wenn wir das Knoten dazu geben. Ich brauche das Knoten dazu geben. Und dann, wo es sich weiter geht. Und dann, wo die Knoten dazu geben wird. Und dann, wo der Knoten dazu.